okay da haben wir dann bei 6 und 9, 13 und 17 und 22, ah bei der Klasse, immer keinen Fähigkeitspunkt, okay, okay, interessant, interessant, es ist jetzt mir da noch immer nichts an, man dachte, da tue ich das schon wenigstens zweimal gestiegen sein, darf ich mir vielleicht, jawohl, es ist ja an Worten, aber nein, einmal, oder wie, oder nicht, ich kriege nicht, kriege ich nicht einmal, was für das sich, oder bin ich schon, Weltenstufe, ich bin Weltenstufe, raufgekommen, aber na gut, lassen wir es einfach zählen, und ich würde mal sagen, weiter mit unserer Mission, na ich bin gespannt, aber dafür sind wir vielleicht sogar besser gewappnet, für die Mission, das ist auch nicht schlecht, das ist auch nicht schlecht, das muss man auch dazu sagen, aber ich muss mir auch noch die Waffe ausrüsten, das muss ich noch auf alle Fälle tun, jetzt ist aber auch ein guter Fakt, ob die äußere Welt genauso ist, wie die Basis oder oder ob die einfach nur vorinszeniert ist, was die einfach Schlaglevel jedes Mal glaube ich schon, na okay, okay, okay das ist mir schon einiges, wahrscheinlich wird es mehrere Bereiche geben, einmal durch, einmal durch, einmal durch ich würde mal sagen, da einmal weg mit der Schrotflinte, einmal her mit dem das schaut schon mal gut aus, ich würde sagen, let's go ah, das, das könnte mir schon vielleicht gefallen, das könnte mir vielleicht wirklich gefallen wir schauen auf, vielleicht haben wir da vielleicht wieder irgendwas zum sammeln Welche Befehle, lieber Captain Reinhardt, niemand ist es auch Okay, wenn man da auch kommt, oh nice, vielleicht Ansprache etc., nee, nix, wird drauf geschissen Okay, kann ich noch mit, oder du kannst, du kannst nicht, oh weh, nein, Jiggy, da, Gott, da kannst du deinen einfach guter Hupfen, Alter, bist du dumm, oder was, siehst du einen großen Turm, das ist dein, der alte Solarturm, aber da draußen herrscht Chaos, alles ist komplett im Arsch Aha, ich sehe es gerade, einen nach dem anderen hier, oder Einen nach dem anderen hier, oder, das gibt es ja nicht Gerade haben wir ja auch, Kuhmann Wuff Alle verbrennen Okay, das kann aber vielleicht doch sein, dass vielleicht der ein oder andere Abbau Uuuuh Okay, Eisen, okay, wir sollten definitiv aufpassen Ob wir nicht da irgendwo was Blaues sehen Jedes Mal aufs Neue, okay, passt, ja, müssen wir unbedingt machen Ist schon geil Ui 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 Ich sehe Ich ging die ganze Masse in der Suppe, oder Äh, ja, genau, oder bei der Seiten, unterschissen Nein, ich glaube, das war jetzt keine Granaten Ah, ich glaube, ich muss mich da noch anfreunden mit der Foffen Weg, 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 ja, genau eine, genau drin gewesen, oder Fah Oh, yes Oh, yes Hat aber wenig Schaden Das muss man auch dazu sagen Aber wenn ich mir die da so anschaue Okay, wenn ich einmal treffen würde Wenn sich immer jeder gleich tut, oder, die sind nicht deppert Ich hab's gesagt, die sind einfach nicht deppert Behält mich Oh, ho, ho, hooo gut zu wissen und ich brauchte mal ein bisschen erleben oder das gibt es ja nicht oder gottseidank in flammen aufgehangen gottseidank in flammen aufgehangen sonst wirst du jetzt nicht weiter da magst du einen lebensentzug und schüsse bepappt dann darfst du mich da teilweise nicht wundern oder wo man dann sich besser bewegen kann als wie decken kann oder willst du mehr in bewegung sein muss das wie in deckung teilweise die gegner schon anders schlecht das muss man schon sagen hat man ein bisschen zu schwach die waffen geil heftiges magazin heftiges magazin aber macht definitiv zu wenig leben sehr gut sehr gut also ich kann schon besser mit zu welchem umgehen das ist das muss ich schon dazu sagen immer eher mehr tag gehabt so ein bisschen mehr wie der division aber scheiß mal auf die deckung scheiß mal auf die deckung dass die diese kräfte doch zusätzlich einfach nur auf die scheiß deckung scheißen bissel mehr von bissel mehr direkter bissel mehr direkter vielleicht sein aber wenn da vielleicht auch zu viel los ist dann vielleicht doch wieder mehr die deckung schwierig wie schwierig in welche richtung mal so mal so würde ich fast sagen okay ich sehe schon mal dass man da wieder neben quest haben von uns da haben wir wieder was zum abbauen da haben wir wieder was zum abbauen sehr schön wieder eisen ich nehme sogar stark ab und jetzt existiert marschall das so gehen er hat nach dauer sagt die definitiv netten nach schaue sie nur mal ganz gut so was man da wieder haben mehr 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 man merkt man merkt den unterschied man merkt den unterschied an den mann liegt wie wie die aber es wird wenigstens auf locker flockig aufblenden herst du volltrottel da ist was für die so quasi so quasi da ist was für die der trottelte ich hab ich da eh nix zum abbauen was der was der was der was der ich schaue lieber ich schaue lieber zweimal bevor ich da noch irgendwas vergiss banner entdecker flagge ok ja du mal heute einfach ein nehmen wahrscheinlich ja wegger schnell reise safe safe wieder abbauen 100 prozent drüberhupfen konnte er netke oder noch nicht ich glaube ich glaube vielleicht lernt er nur das eine oder andere das kann vielleicht auch möglich sein oder vielleicht lernen vielleicht dann später springen wir nichts sagen also wie mächtig der andere ausschaut kann schon sein dass das ein oder andere ist einmal auffüllen unbedingt na löhle schaust du mir gar nicht so schlecht aus ich glaube hier weniger was ist hier passiert scheiße wonach sieht es denn aus massakriert haben sie uns wir hatten sie umstellt und dann kam der kapitän ja da wir nehmen los ja du weißt schon wichser mit kräften die das sagen haben nicht wirklich verändert aber das ergebnis ist dasselbe wie sah er denn aus dein nabelgewicht dieser sadist die die und hatte spaß dann ich glaube den kenne ich wo ist er im bunker den hügelhof ich wünsche ich wäre dabei wenn du ihn für sein verbrechen zahlen lässt liebend gern liebend gern ich schau mal bei ihm vorbei um den alten Zeiten willen den alten Zeiten willen geil oder geil na wenn dann denn schon oder wenn dann denn schon aha finde ich geil finde ich geil dass ich auch einfach so drauf drücken kann stalkt man ja ich glaube da muss ich meinen neuen freund einmal begrüßen hier hallöle aha wie er gleich mal sagt so hallöle wie ui 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 da will schon einer wissen da will es anscheinend schon wieder einer wissen das ist aber schön gepanzert leck mich mal wenigstens ein bisschen was puh weißt du was Leben sind zu bitch wieder einer weniger aufpassen wegen den scharfschützen du und du scheiß verficktes Arschloch du wie er schön brav auf uns zielt damit er mich ja irgendwann einmal schön erwischen kann das ist ein Hund ja ja uuuu uuuu hu 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 da ist aber einer mehr gegangen oder bis teppert da kommen eh schon wieder die nächsten da kommen eh schon wieder die nächsten so eine Hauwager alter ja ja sehr gut sehr gut ui 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 weißt du was ich bin und zwar mal die andere Waffen einmal na slap wie wär's denn damit a du bist ja wiki ein Wix wo bist denn du du bist schon wieder weiter weg angegangen glaube ah das das Fics weiter weg 100% es oh b w ist ja nix da einmal geschtheit auch wieder heim gehen schüss nur daneben passt ma schau gewoffen tag ist ein bisschen zu pränzise sagen wir jetzt das ist der nächste scharfschütze oder die forschen nächste das ist aber auch noch mutig da dann ein bisschen was investiert hätte gesagt gehabt genau da bin ich mal nicht hier schon es ist so gemein oder die einfach mehr geht es nicht mehr aus na geht es überhaupt nicht aus schütze oder wo ja mir noch ein bisschen gerätet bist du teppert aber wirklich ums ohrschlecken gerätet also richtig ums ohrschlecken nehmen wir trotzdem lieber die andere waffen kann ich wissen ja entweder oder oder was der oder wisst du und er trifft er wenigstens nicht so oft er trifft wenigstens nicht so oft mit der freien schussbahn oder wirklich einfach nur bewegt ich bloß nicht bewegt ich will wenigstens irgendwie treffen mit das wenigstens gut ausschaut ja genau grad wo ich da hingehe oder ist jetzt wirklich die jährigsten ohrschleiche in meinen augen es geht sich fix nicht aus oder oder gott sei dank es geht sie nass geht sie alles nass geht sie alles nass sehr schön aber das ist eine wissen ja dann geh ein bisschen in flamme auf stepp oder mit einer schrotflinten schaut das bücher ganz anders aus müssen wir dann auch mal ziemlich selbe mäßig mal öffnen ich bin gespannt was er sagt mir gefahren bin gespannt ich zeige mir ja was haben wir denn alles schönste mhhhhh 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 ja dann ich glaube da muss ich dann wieder mal hin schauen bislas schrott mhhhhh mal wieder zum kraften alles drum und dran alles klar gut zu wissen muss er auch drin sein und bisschen was auffüllen ist das schon wieder nett geworden aus welches hübschen bonus waffen stärke jetzt wieder muss man ja sagen also man muss sich dann scharf irgendwas zu spezialisieren unterbrechung widerstand aufbauen ok ich schieß einfach mal drauf los ok ich probiere es einmal ich probiere es einmal also ich hätte mir gedacht gehabt dass wir den vielleicht sogar spät erst treffen ganz ehrlich gesagt ok gut zu wissen oder wirst du mir forschen ok ja wenigstens wenn ich oder Ich bin gleich hier auch noch, Alter. Bist du deppert. Jetzt bin ich schon hin. Okay. Okay. Gleich mal starke Überforderung. Überfordert. Gleich mal sehr stark überfordert. Gleich mal auf den ersten Blick. Sehr gut. Sehr gut. Aber einen Hammer da noch. Einen Hammer da noch. Ich weiß jetzt aber nicht, wie oft er jetzt auch wirklich irgendwie einer Neuch dazu kommt. Oh, Alter. Hör auf dich zu bewegen. Fick dich und hör auf dich zu bewegen, Alter. Ah, das ist schon mal gut. Das ist auch schon mal gut. Sehr gut. Ich mach gleich mit dem auch noch weiter. Damit es so richtig schön brennt. Und gut zu wissen, dass da immer wieder welche neue dazukommen. Ah, gleich so welche auch noch. Gut zu wissen. Seine scheißverfickte Hurenzmutter, Alter. Explodier, du Huren. Explodier, Alter. Damit ich dir wieder was habe, Alter. Bissl eine kleine Heilung. Was ist mit dem Wichsen? Die, die mach ich im Schlaffertig. Das ist kein Problem, Alter. Ah, ja. Ich hoffe, das tut weh. Das tut weh, Bitch. Hinter mir ist wieder. Ah. Ich hab ja. Oh, yes. Flammenwurf kommt. Feuerwehrblau und alles drum und dran. Ist eh nicht bei mir. Pass. Me interessiert mich nicht. Bleib ruhig, Tegel. Bleib ruhig. War definitiv nicht schlecht. Gut gemeistert. Das muss ich schon sagen. Also, für den Anfang zu erklären war ich ein bisschen überfordert. Waren dann doch eigentlich relativ gechillt. Du bist verändert. Du kannst tun, was immer du willst. Warum kämpfst du für diese, für diese dreckigen Faschisten? Wir kämpfen hier um unser Leben. Weißt du, was die uns angetan haben? Ich weiß, was du mir angetan hast. Nein, nein, nein. Oh, yes, oh yes. Wieso springt er keinen Lupus raus? Das will ich so, Alter. Immerhin da. Okay, eine gescheite Show, Flinten. Gehört schon dazu, gehört schon dazu. Und da hinten haben wir dann aber auch noch was Gutes gefunden. Ein bisschen was zum Einsammeln. auf jeden Fall den Tod verdient. Passt, ich würde mal sagen. Ah ja, mal zu unserer Mission da hier reisen. Safe oder safe? Du musst nicht langfragen. Ja, du musst nicht langfragen. Ich bin gespannt, was die Leute sagt. Ich bin jetzt aber gespannt. So ein kleiner Stufeaufstieg. Mir schon was Feines. Und vielleicht auch Weltenstufe Frank 4. Hallöle? Hat bezahlt. Nett, oder? Kommst du klar? Brauchst du... So ist das nett genug, oder? Was ist denn, ist denn Schwab auch, ne? Nur keine Sorge. Das hier werde ich schon überleben. Ah, nur da. Hey. Das war richtig so. Nice. Oh, 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 oh. Hey, dann muss ich sagen, da bin ich dann doch lieber für die Sturmi. Was ist das denn, was ist denn? Weil die eine war für die Sorge, die ist noch ein bisschen zu schwach. Die ist noch ein bisschen zu schwach. Was nicht. Das ist so geil, aber so genau wieder nicht. Aber Schüsse lösen in einem Umkreis von fünf Metern eine Fusionsexplosion aus. Die 13 Scharen verursacht. Oh. Ja, echt gut. Vielleicht finden meine toten Freunde jetzt leicht mehr zur Ruhe. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht.